Hallo ihr Lieben und Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge Mabelsnap. Wie versprochen, in der Umfrage waren es ungefähr 50-50. Snap, Raid, Raid, Snap, nur Raid, nur Snap. Ganz ehrlich, ich werde beides probieren, so wie es auch in den anderen Videos so ein bisschen angekündigt habt. Lasst uns aber heute nicht lang schnacken. Was ist Inhalt dieses Videos? Das erste Deck. Wir schauen uns mal ein erstes Deck an mit kleinen Taktiken. Wir gehen durch die Karten durch und spielen einfach 2-3 Mal. Dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie man Karten kombinieren kann. Und wir fangen ganz, ganz einfach an. Nämlich einfach mit einem Starterdeck. Es sind viele Karten, die ihr von Anfang an schon bekommt. Ein paar nach den ersten Spielsituationen, wo man anfängt sich irgendwas zusammen zu sammeln. Warum starten wir mit dem Starterdeck? Das ist eigentlich relativ einfach. Bestimmte Karten bekommt ihr erst im Laufe des Spiels. Wenn ich also jetzt euch zeige, wie diese ganzen Destroydecks funktionieren mit bestimmten Karten, dann habt ihr die einfach noch nicht, wenn ihr anfangt. Und selbst wenn ihr schon fortgeschritten seid, geht es ja eigentlich darum zu verstehen, wie man Karten kombiniert. Besser gesagt, kombinieren kann. Nicht vergessen, ihr Lieben, das ist ein Spiel. Es soll Spaß machen. Und es ist halt im Endeffekt vordergründig dafür da, aus dem Marvel-Universum sich sozusagen die Helden und Anti-Helden und Shams und so alles zusammenzustellen. Lasst uns nicht lange schnacken. Wir springen direkt rein. Und zwar natürlich in die Sammlung und in das Starterdeck. Also, ich würde Folgendes machen. Ich gehe einmal die Karten ganz, ganz kurz durch, dass ihr ungefähr seht, was ich sozusagen in diesem Starterdeck zusammen kombiniert habe. Und was so der Sinn dieses Starterdecks ist, grundlegend, erkläre ich gleich nochmal. Und dann machen wir ein, zwei Spiele. Was ist der Sinn? Fangen wir mal damit an. Das Starterdeck habe ich so konzipiert, dass ich von allen Helden diese typische 3-3-2-2-Regel habe. Oder hier in dem Fall ist es 3-3-3-1-1-1. Das heißt, 3 1er-Karten, 3 2er-Karten, 3 3er-Karten, eine 4er-Karte, eine 5er-Karte, eine 6er-Karte. Und dann natürlich gleich Hulk, ne? Smash! Äh, Smash! Der Sinn dieses Spiels, also dem Deck am Starterdeck, ist einfach in jeder Runde irgendwie Karten spielen zu können und kombinieren zu können. Das heißt, es sind keine großen oder heftigen Abhängigkeiten in diesem Deck. Es ist sozusagen ein Starterdeck. Es gibt ein paar Karten, die unterstützen andere wiederum. Ja, und das erkläre ich gleich nochmal, warum ich die mit reingenommen habe. Aber ansonsten steht jede Karte für sich. Das heißt, man muss nicht kombinieren. Ich brauche 5 Karten, die ich ziehe oder zerstöre, um dem mehr Kraft zu geben oder früher einsetzen können. Fällt in dem Moment flach. Ruschen wir euch die Karten und ich erkläre euch, wie das Ganze funktioniert. Denn eine kleine Logik ist schon drin. Die Logik basiert für mich auf Kaza. Und das ist auch der erste Held, den ich sozusagen, das ist ein Vierer-Held, den ich euch einfach mal zeige und versuche zu vermitteln, warum ich dieses Deck so gebaut habe. Kaza bekommt man ziemlich früh und er sagt eigentlich folgendes. Es ist ein fortlaufender Effekt. Das bedeutet, sobald die Karte auf dem Spielfeld liegt, wirkt sie sich auf alle Karten aus, wenn das in der Beschreibung so steht. Also deine Ein-Kosten-Karten haben plus 1 Stärke. Bedeutet, Spielig-Kaza haben alle Karten, die ein kosten, 1 mehr Stärke. Das basiert auf den Helden, die ich dann eingesetzt habe. Das ist zum Beispiel das liebe Squirrel Girl. Also die beschwirt Squirrels. Bei ihr ist es so, füge jeden anderen Standort ein Eichhörnchen mit einer Stärke zu. Ein Eichhörnchen hat einen Kostenpunkt und eine Stärke. Mit Kaza 2. Das ist meine erste Ein-Kosten-Karte. Bedeutet, da sieht man schon diese kleinen Zusammenhänge. Spiele ich Kaza, wird sie geboostet sozusagen. Genauso wie einmal Hawkeye. Bei Hawkeye ist es so, wenn ich Hawkeye spiele an einem Standort und danach die Runde noch mal diesen Standort bediene mit einer Karte, hat er plus 2 Stärke, auch eine 1er Karte. Mit Kaza dann nicht eine Stärke. Seine Fähigkeit 3 Stärke, sondern 4 Stärkepunkte. Und der liebe Ant-Man. Ant-Man sagt aus, wenn 3 andere Karten an diesem Standort sind, kriegt diese Karte plus 3 Stärke, auch eine 1er Karte. Das heißt, da habe ich sozusagen so ein bisschen diese Logik reingebracht, Einerkarten zu verwenden. Karten, die selber Einerkarten einfach mit Squirrel zum Beispiel an anderen Standorten legen und mit Kaza das Ganze unterstützen. Dann habe ich Karten, die sozusagen für sich selber unabhängig sind. Zu diesem Thema gehört einmal die liebe Medusa. Medusa funktioniert so, wenn ich sie in die Mitte spiele, bekommt sie nicht 2 Stärke, sondern 4. Zu dieser Karte gehören Mr. Fantastic. Man spielt den in die Mitte und links und rechts die beiden Standorte kriegen plus 2 Stärke. Eine sehr starke Karte für den Anfang. Zu diesen Karten gehören Angela. Angela funktioniert so, sie hat jetzt 0 Stärke. Wenn du sie spielst und es wird an dem Standort eine weitere Karte gespielt, bekommt sie plus 2 Stärke. Zu diesen Karten gehören auch der liebe Captain America. An dem Standort, wo er gespielt wird, bekommt jede Karte plus 1 Stärke. Und zu diesen Karten gehört auch der Iron Man. Das heißt, wenn er dort platziert wird, verdoppelt sich einfach die gesamte Stärke von dem Team an diesem Standort. Diese beiden Karten, Captain America und Iron Man, habe ich deswegen gespielt, weil ich dann bei bestimmten Standorten am Ende nochmal boosten kann. Gerade mit einer 3-Punkte-Karte in Runde 5. Wenn man dann zum Beispiel Medusa spielt und ihn, kann man sehr schnell nochmal das Ruder rumreißen. Iron Man nutze ich sozusagen als Bonus-Karte. Wenn ich sehe, okay, ich muss hier wirklich die Stärke schnell verdoppeln, dann kann ich Iron Man einsetzen. Und wir haben den lieben Hulk mit. Der hat keine Fähigkeiten. Der haut einfach nur rein. Smash. Und noch, das ist eine meiner Lieblingskarten, den lieben Star-Lord. Den muss man wieder taktisch einsetzen. Star-Lord funktioniert so, wenn ich in diesem Zug ich und der Gegner eine Karte setze, bekommt er plus 3 Stärke. Sehr stark. So, und das ist eigentlich schon die Logik hinter dem Spiel. Eine Karte haben wir noch vergessen, Wolfsbane. Ihr seht schon, mein Ziel ist es, alle Standorte mit 3-4 Karten zu füllen, weil dann die Effekte auch anfangen. Wolfsbane zum Beispiel bekommt plus 2 Stärke für jede andere Karte, die du hier hab. Spiele ich Wolfsbane, die hat eine Stärke an einem Standort mit already 3 Karten, also wenn nur 3 Karten schon sind, bekommt sie 7 Stärke. Es gibt ein paar Karten, die man spätere Züge spielen kann, ein paar Karten, die man am Anfang spielen kann. Gerade Ant-Man und Wolfsbane sind Karten, die man zum Schluss nochmal reinwirft und Punkte bekommt. Genauso wie Medusa, Captain America oder Iron Man. Das ist sozusagen die erste Logik des Spiels. Ich versuche, wie gesagt, die Standorte voll zu bekommen und je nachdem, wie der Gegner reagiert und je nachdem, was der Standort für eine, sag ich mal, Standortbeschreibung hat, also was er macht, versuche ich mit den Karten darauf zu reagieren. So, Starterdeck, ganz einfach, 3, 3, 3, 1, 1, 1, also wie gesagt, 3 1er Karten, 3 2er, 3 3er, eine 4er, eine 5er, eine 6er Karte. In der Beschreibung, die lasse ich immer irgendwo reinflädeln, gibt es ja auch diese typische 3, 3, 2, 2, 1, 1. Das funktioniert natürlich auch, 2 3er Karten, 2 4er Karten, damit man immer irgendwie die Chance hat zu spielen. So, schnacken wir mal nicht lang. Das ist die Logik. Ihr seht, es ist eine neue Runde rausgekommen. Das heißt also, es gibt immer Runden, die werden dann nach einer gewissen Zeit beendet. Ich bin jetzt auf 20. Dieses Spiel ist wunderbar zum Zwischendurchspielen. Lasst uns einfach mal mit dem Starterdeck ein Spiel starten. Der Gegner wird gesucht. Das ist ganz wichtig. Witzigerweise ist es so, dass ich sehr oft auch auf Gegner treffe, die ich schon bespielt habe. So, fangen wir an. Das ist jetzt perfekt. Sollten wir in diesem Spielzug, wirklich, sag ich mal hier, das Savage Land, sollten wir in diesem Spielzug den lieben Kasar ziehen, dann kriegen die gleich 2 Stärke. So, hier werde ich jetzt keine Karte spielen. Taktische Gründe hat das Ganze. Ich möchte den Standort noch nicht voll machen. Dafür habe ich Wolfsbane. Die hat ja 3 Sterne. Ich kann sie also im zweiten Zug nicht setzen. Aber was ich jetzt, ich kann sie sich zum Beispiel setzen könnte, wäre einmal Star-Lord für diesen Deck. Oder halt Angela. Angela funktioniert so, wenn ich hier eine Karte spiele, plus 2, ich werde jetzt erstmal sie spielen. Das bedeutet, wir gucken, was der Gegner macht. Quicksilver bedeutet, er hat die immer auf der ersten Hand. Angela wurde jetzt hier gespielt. Ihr seht, dass jetzt quasi mein lieber Hawkeye die plus 2 bekomme, weil ich danach hier eine Karte gespielt habe. Jetzt werde ich hier an diesem Standort einmal, also im Zug 3 kann ich hier keine Karten spielen. Ich werde hier an diesem Standort einmal Squibble spielen und hier den Star-Lord. Und im Zug 4, jetzt kommt erstmal der Squibble. Zack, zack. Jetzt kommt der Star-Lord. Er sieht, aha, der Gegner hat in dieser Runde hier etwas gespielt. Also verstärke ich mein Deck. Und jetzt habe ich natürlich freie komplette Fluchtwahl. In dieser Runde kann ich schieben, wie ich will. Ich werde aber nicht schieben. Ich werde mir auch Mr. Fantastic aufheben. Und werde Wolfsbane an diesen Standort setzen und den Zug beenden. Wolfsbane, da jetzt schon drei andere Karten da sind, wird jetzt plus 6 Stärke bekommen. Das ist ja natürlich sehr stark. Zack, da sind sie plus 6 Stärke. Dadurch, dass er den... Oh, das ist auch ein schöner Effekt. Jetzt seht ihr das mal. Wenn eine Karte gespielt ist, die ihr noch nicht kennt, kommt immer die Karte im Vordergrund, noch nie gesehen und die Spielbeschreibung. Das ist natürlich eine sehr starke Karte. Das heißt, wenn hier im nächsten Zug, und er wird hier jetzt quasi eine Karte spielen, die Karte gezogen ist, dann gibt es dafür plus 2 Stärke. Und ich mache jetzt folgendes. Ich spiele jetzt Mr. Fantastic. Ich habe jetzt noch Hulk. Den könnte ich an diesen beiden Standorten einsetzen. Das heißt, er muss jetzt dort einspielen, ansonsten bekommt sie die Stärke nicht. Mr. Fantastic boostet die anderen beiden Standorte. So. Das ist natürlich ein starkes Spiel von ihm gewesen. Und jetzt mache ich folgendes. Ich habe jetzt eigentlich verloren. Was ich jetzt nicht machen kann, ich habe keinen Kasar. Ich spiele das Spiel jetzt trotzdem zu Ende, um alle meine Karten zu boosten. Er hat 2 Standorte schon unter sich, die er auf jeden Fall gewinnt. Und an diesem Standort kann er sogar noch eine Karte setzen. Und ich habe keine Karte mehr im Deck, um irgendwas von mir aus zu boosten. Ich spiele trotzdem mal schnell zu Ende, damit das auch fair ist. Zack, Hulk kommt raus. Und er hat gewonnen. So läuft das Spiel ab. Er hat deswegen gewonnen, weil er 2 Standorte gewonnen hat. So. Wir machen gleich noch ein Spiel. Wir nehmen erstmal die Booster Packs mit. Und wir boostern natürlich Wolfsbane. Animated Frame. Animierter Rahmen. Das ist Ultra. Es ist halt quasi die letzte Stufe. Infinity ist die letzte Stufe. Wir gucken mal, was wir auch machen können. Wir haben einen neuen Helden bekommen. Rockslide. Mische 2 Felsen in das Deck deines Gegners. Das holen wir mal ab. Auch eine Taktik, den Gegner mit Felsen voll zu kloppen oder mit anderen Karten, dass er seine nicht zieht. Machen wir gleich noch ein Spiel. Danach holen wir die Missionen ab. Und nochmal zu schauen, ob wir Kaza ziehen und den Effekt irgendwo darstellen können. Kaza gezogen. Keine andere Karte. Nachzug 4. Zerstöre alle Karten des Spielers, der hier verliert. Bedeutet, wenn wir dort Karten spielen, wo wir verlieren, Nachzug 4, werden automatisch alle Karten zerstört. Schauen wir mal, was er macht. Wir snappen mal eine Runde. Diese Karte ist sehr interessant. Sobald die in der Hand ist, sieht er alle Standorte. Wenn er jetzt diesen Standort schon ausgewählt hat, könnte es bedeuten, dass dieser Standort relevant wird für uns. Das bedeutet, wir werden uns auch auf diesen Standort konzentrieren. Steuern jetzt. Karten kosten hier ein weniger. Ah, deswegen hat es gemacht. Steuern hier jetzt nach. Einmal mit Kaza und mit Squirrel. So, im nächsten Zug haben wir 4 Punkte. Das heißt, wir werden Mr. Fantastic einsetzen und Captain America, der Gegner. Müssen wir ein bisschen warten. Auch eine sehr schöne Karte. In dem Destroy Deck ist es so, es gibt Karten. Je mehr Karten im Spiel zerstört werden, desto günstiger werden sie beim Legen. Also quasi in der Energie, die man nutzen kann. Carnage zerstört, seht ihr hier, alle quasi an dem Standort und kriegt für jede zerstörte Karte plus 2. So, jetzt kommt Scribble. Jetzt seht ihr auch gleich den Effekt, da Kaza ein fortlaufender Effekt ist. Egal wann, kriegt diese Karte immer plus 1. So, jetzt haben wir einmal Mr. Fantastic und Medu und Captain America. Ich sichere sozusagen diese Standorte und diese hier Karte wird dann zerstört werden. Das ist aber nicht schlimm. Meine Taktik ist in dem Fall, dass ich mich auf diese beiden Standorte konzentriere und versuche dort sozusagen gute Punkte zu holen. Jessica Jones, auch eine sehr gute Startkarte. Er hat damit gerechnet, dass Sunspot zerstört wird. Bei Sunspot ist es so, wenn der zerstört wird, bekommen alle Karten hier mehr Punkte. Und ich mache jetzt folgendes. Ich benutze jetzt Hulk an diesem Standort und habe jetzt sozusagen Medusa nochmal plus 2 in der Mitte und nochmal Star-Lord und er hat dort noch keine Karte. Das heißt, wenn er, und das ist jetzt diese Überlegung und Taktik, wenn er jetzt dieses Spiel gewinnen will, muss er sich überlegen, ob er den Mittelstand angreift oder den äußeren Stand. Hat er auch so eine Karte mit 12, so eine große starke 6er Karte mit 12 oder 14 Angriff, könnte er nochmal auf das Elysium Standort gehen mit den 20 Gewinnpunkten. Wir warten ab. Ich glaube, er zieht sich zurück. Oh, er snappt sogar. Das heißt, er setzt aus und hat wahrscheinlich, wenn er aussetzt, die ganz starke 20er Karte. Es gibt eine Karte, das seht ihr hier oben auch am Icon-Bild. Wenn er die jetzt, oh, er setzt auch den Hulk, finaler Zug. Und das ist für uns natürlich jetzt perfekt. Wir können uns jetzt überlegen, welchen Standort wir sichern und welchen nicht. Hier brauchen wir sozusagen 13 Punkte. Medusa bei 13 Punkten, wenn du hier nur eine Karte spielst, gibt 13, 4, 8, 2, 10. Das heißt, wir werden uns voll auf diesen Standort hier konzentrieren und versuchen, den zu verteidigen. Und das war wahrscheinlich ein Fehler. Venom zerstört alle Karten, die dort sind und saugt sozusagen die Stärke auf und Iron Man verdoppelt sie. Er hat zwei Standorte gewonnen. Damit habe ich verloren. Ich glaube, ich konnte euch zeigen, wie diese Decks funktionieren, auch wenn ich in diesem Showcase hier nicht gewonnen habe. Ich sammle mir noch schnell die Mission ein. Es geht im Endeffekt darum, bei diesem Starter Deck sich das Ganze so zusammenzusetzen, dass man die Chance hat und die Möglichkeit, bestimmte Karten miteinander zu kombinieren und Fähigkeiten. Wenn ihr in den späteren Spielen zusammenkommt, gibt es, ich mache mal einen kleinen Ausblick, verschiedene andere Taktiken, wie zum Beispiel destruktive Sets. Dort sind Karten drin, die eigene Karten zerstören und Karten, die, wenn eine Karte zerstört wird, einen Energiepunkt weniger kosten. Oder zum Beispiel, jedes Mal, wenn sie aus der Hand zerstört wurden, vier mehr Stärke mitbringen. Es gibt Taktiken wie Low Cards. Dort setzt man generell auf sehr viele kleine Karten und die Effekte der kleinen Karten. Wo zum Beispiel ein Karsar, nicht nur drei, sondern in meinem Fall habe ich sechs Einerkarten, diese Stärke gibt. Es gibt zum Beispiel Big Sets. Dort ist es so, dass man sehr stark auf Unterstützung setzt und sich auf die kleineren Karten nicht so konzentriert und mehr darauf geht, das Gegnerset destruktiv zu bearbeiten. Zum Beispiel mit einem Skorpion, der allen Karten minus eine Stärke gibt. Oder seine Karten, mit so etwas wie Blue Marvel, jede Karte bekommt eine Stärke, aufzudecken. Oder es gibt zum Beispiel auch solche Karten wie das Low-Tier-Set. In dem Low-Tier-Set ist es auch so, dass man versucht, mit bestimmten Kombinationen zu sagen, hier, Karten können nicht zerstört werden, man zerstört aber Gegnerkarten und man versucht, das Deck des Gegners sozusagen voll zu machen oder zu leeren oder zu schwächen. Auch diese Taktiken gibt es. Die Taktiken entwickeln sich immer erst mit den Karten. Das heißt, je mehr Karten ihr bekommt, desto mehr könnt ihr sozusagen in diese Taktikwelt eintauchen und auch damit spielen. Da das ja wirklich ein Spiel ist und eigentlich das Sammeln der Karten im Vordergrund ist, tut es auch nicht weh, wenn man dann einfach mal ein, zwei, drei, vier Matches verliert. Sondern es macht extrem Spaß, wenn man dann eine Kombination gefunden hat und die ausspielen kann. So, ihr Lieben und Liebenen, so viel zum kleinen Einblick vom Starter-Deck. Mehr will ich jetzt dir an dieser Stelle gar nicht sagen. Was haben wir in Zukunft vor? Natürlich werde ich andere Deck-Kombinationen sozusagen einmal zeigen. Ich glaube, demnächst entweder das Big-Tier-Set oder das Zerstör-Set oder zum Beispiel das Low-Tier-Set oder das Destructive-Set. Schreibt doch mal einfach, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare, was für Decks, was für Kombinationen wollt ihr sehen. Und es wird demnächst ein relativ schnelles Video kommen mit einer Kartenkombinations-Serie. Das bedeutet, wenn man eine Karte hat, es bringt mir wahrscheinlich und euch auch nichts, immer nur eine Karte vorzustellen. Sondern lieber, mit welchen Karten kann ich diese Karten kombinieren und dann in einem Video drei, vier Karten vorzustellen. Und zu sagen, wenn man die Karten geschickt miteinander kombiniert, haben sie Effekte. Ich glaube, das ist wesentlich lukrativer und nicht so langweilig, als wenn man jetzt 80 Videos macht, wo man immer nur eine Karte vorstellt und die Spiele zeigt. Auch hier gerne in die Kommentare, ihr Lieben, ob ihr Bock habt, sowas zu sehen oder worauf ich mich im nächsten Video auch fokussieren soll. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich liebe das Marvel-Universum und die Heldinnen und Helden. Ich habe jetzt gelernt, dass es einen englischen Begriff gibt für Hero in der weiblichen Form. Ich wollte es nicht glauben, aber es ist so. Ihr könnt ja mal nachgoogeln. Und dann nachgoogeln, das wäre cool. Und ansonsten sage ich bloß, spielt fair, spielt fein, haut rein, ihr Lieben. Ciao.